ARD-Star spricht über Serien aus, werde in ein Loch fallen. Unmittelbar nach ihrem Auftritt in der ARD-Telenovela Rote Rosen erwägt Diana Steli einen erneuten Rücktritt. Sie ist neu in der ARD-Telenovela Rote Rosen. Das ist es, was dahinter steckt. Der Fauster Diana Steli. Der 46-Jährige war bereits in mehreren Serien zu sehen, unter anderem in Stromberg und Polizei Rosenheim. Zu Beginn des 22 in der Staffel Rote Rosen übernimmt Steli die Rolle des Jordis Kielitz, der in der ARD-Klassik auftritt und mit dem Arzt in Lüneburg auftritt. Klaas Jäger, gespielt von Sebastian Dale. Doch obwohl ihre Geschichte gerade erst beginnt, denkt Diana Steli bereits darüber nach, sich von Telenovelas zu verabschieden. ARD, Roten Rosen Newcomer denkt bereits darüber nach, die Serie zu beenden. Rote Rosen läuft seit 2006 in der ARD und hat sich im Laufe der Jahre eine große Feengemeinde erspielt. Für die Zuschauer besonders interessant, die Hauptdarsteller in ARD-Sendungen wechseln in der Regel alle ein bis zwei Jahre. Die Amtszeit der Newcomerin Diana Steli ist derzeit auf ein Jahr angesetzt. Das mögliche Ende der Serie ist für die Schauspielerin nicht so überraschend, schließlich denkt sie bereits darüber nach. Es wird schwierig, bestätigte der 46-Jährige im Interview mit der Berliner Morgenpost. Derzeit besteht ihr Leben in Lüneburg nur aus Texten studieren, schlafen und filmen. Wenn das passiert, wissen sie nicht, wie sie ihre Zeit nutzen sollen, und stecken in einem Loch fest. ARD, deshalb hat Diana Steli die Rolle übernommen. Unterdessen hoffen einige Diana Steli-Fans auf eine Rückkehr in Rosenheim und sind froh, dass die Mutter einer Tochter die Rolle in Roten Rosen nicht auf unbestimmte Zeit übernehmen wird. Als sie ihr neues Projekt auf Instagram ankündigte, gab es einige beleidigende Kommentare. Polizei! Es mag einige geben. Brauchen Sie Geld? War eine der gemeineren Fragen. Diana Steli sagte gegenüber der Berliner Morgenpost, »Natürlich verdiene ich meinen Lebensunterhalt, weil wir ja Jobs haben, aber die Rolle im ARD-Fernsehroman war auch für sie eine große Sache. Es gibt es schon seit vielen Jahren und in den besten Jahren war es zentral gelegen. Es war faszinierend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017